Die, die, die Sauen zum Hintergrund. Alter, hau ab, man. Das Spiel... Das Spiel kostet meinen Verstand. Yo, wir zocken heute leer, so viel weiter. Äh, es fängt jetzt schon nice an. Es geht ab. Kann ich hier irgendwas verwischen diesmal? Nein. Hä? Kreative Blockade. Ich weiß. Okay. Gut, hier war mal. Okay. Okay, ja, dann ist hier wohl... Ich dreh mich nicht um, nee, Mann. Hau ab. Auf keinsten, Alter. Ey, ich hab grad richtig Gänsehaut. Oh, krass, Alter. Ey, jetzt bin ich schon wieder hier. Hier passiert immer was, das weiß ich, Alter. What the fuck? Ich frag mich, kommt hier nix Neues dazu, oder? Ich glaube, ich will jetzt hier reinschauen. Okay, hier ist zugesperrt. Gut, dann schauen wir mal runter. Schade, dass ich nicht laufen kann. Obwohl, das ist eigentlich wahrscheinlich sogar besser. Alter. Wieso kann ich das Foto nicht aufheben? Einmal kann ich doch Fotos immer nehmen, dachte ich. Auf gut Deutsch, er weiß gar nix. Irgendwas muss ich doch hier machen können, oder? Dann haben wir hier wohl auch nix. Gut, dann geht's zu zweiter. Oh, was geht hier ab? Nebel. Nebel im Haus. Hä, was ist das? Ein Telefon, oder? Alter, das Geräusch. Ey, ich krieg so Gänsehaut dabei. Wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich ihr schreib... Halt dein Noll. Ne, Mann, ich kann das jetzt nicht lesen. Was? Was, Alter? Hä, what the fuck? Ich laufe einfach nur im Kreis. Nein, was geht hier ab? Oh, Alter. Hallo, ja? Ich gehe einfach weiter. Lass das Telefon in Ruhe, Alter. Ja, aber was passiert denn hier? Ich checke gerade überhaupt nix mehr. Also, wenn ich zurückgehe. Alles klar. Hallo? Hallo? Ich werde hier wahnsinnig. Ha! Ich verstehe gar nichts mehr. Was muss ich machen? Wo muss ich hin? Was passiert hier? Huh. Huh. Und das ruhelose Andenken, oder? Was? Hey, what the fuck? Kranke Erinnerungen. Alter. Hä? Ey, wirklich, langsam wird mir das Game zu viel, Alter. Vor allem, was geht jetzt mit der Türe ab? Machen wir mal zu. Ich check nicht, was abgehen, Mann. Kranke Erinnerungen hat der Typ, Alter. Hier, die lästige Sonnenbrille haben wir hier wieder. Oh, ne Pfeife. Giant hatte im Krieg gearbeitet. Warum ist da nix drin? Was ist hier für ein Puppenkopf? Wer ist das? Benjamin Franklin. Ne, keine Ahnung. Flatternde Schrecken. Seid still. Konstantes Flattern. Fressen andere Ratten. Fledermäuse halt einfach, oder? Hey. Okay. Oh. Hey, kann... Darf ich da nicht vorgehen, oder wie? Hallo? Was geht denn hier ab, Alter? Der Typ? Alter, ich... Sag's nicht. Hallo? Hallo. Geht ab. Das ist jetzt gar nix. Rot. Hä? Achso, es war nicht ganz zu. Oh Mann, ich bin auch so ein Idiot. Oh, fuck. Gib die Hoffnung auf, solange du kannst. Ja, ich bin gerade am überlegen. Jedenfalls rate ich dir als dein Anwalt dazu, von jeglichen unüblichen Handlungen abzusehen. In anderen Worten, mach nichts Dummes. Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Glaube es mir oder nicht, ich habe schon Klienten aus tieferer Scheiße gezogen als dieser hier. Mach es nur bloß nicht noch schlimmer. Tauch eine Weile unter und lass mich gegen deinen Gerichtsbeschluss vorgehen. Ich bin also ganz ehrlich, ich bin definitiv Alkoholiker. Uh. Hm. Oh Mann. Oh. Ein Gang. Ich hasse dunkle Gänge, Alter. Scheiße, ein Bad. Sorry. Hey, nein, 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 nein. Bitte bleib. Was? Stille Schwimmer. Sie verstopfen den Abfluss. Fell im Wasser. Keine Bäder für mich. Okay. Ja, cool, cool. Kann ich sonst irgendwas machen? Nein. Wasser abhauen, Alter. Ah, ist eh zugesperrt. Nice. Okay, wo sind wir jetzt? Zugesperrt. Zugesperrt. Und die auch. Hä? Hä? Okay, jetzt sind zwei Türen. Nehmen wir einfach mal die. Ich hab das Gefühl... Hä? Okay. What the fuck, Alter? Was geht jetzt ab? Alter. Ey, ich seh hier gar nix. Ich seh hier nix. Oh. Steht da hinten jemand? Da steht jemand! Nein! Alter. Oh, da steht keiner. Ah, das gute alte Klavier, das kennen wir ja schon. Oh, Entschuldigung, Alter. Oh, das passiert überall hier. Baumelnder Abscheu, geduldig, durstig, pelzige Blutegel, ängstlich hochzuschauen. Okay. Okay. Okay, wo muss ich denn hin? Ah! Nee, das war's. Nee, Mann, ich kann nicht mehr. Ich hab die ganze Zeit Gänsehaut. Mein Herz flattert wie verrückt, Alter. Wirklich. Ja. Das war's für den Part. Wenn ihr wollt, dass ich das Game noch fertig zock, dann schreibt's in die Kommentare. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich's noch pack, fertig zu zocken. Wenn ihr wollt, dass ich auf meinem anderen Kanal auch wieder Videos mach, und zwar halt, was nicht Gaming betrifft, dann schreibt's einfach auch mal unten in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Herzenfakt. Haut rein, ciao!